Moin Leute und an HerTails, Willkommen zu diesem Video und zwar Kick-Off-Free-Tail Ja, Louis hat heute einen freien Tag von mir bekommen. Ja, ganz nett. Ich war in der Hoffnung, dass wir heute 5.000 knacken, knack, 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 äh, du musst jetzt nicht pfeifen. Dankeschön. Ja, so. Aber wie kannst du das aufhören? Ja, ich hab's aufhören. Ja, ist doch gut. Mensch. Begitter hier. So. Steel überarbeiten. Nein, hab ich nicht. Hätte ich nicht. So. Auffüllen hier, die Schuhe. Lassen wir auch auf. Lassen wir es auf zu füllen. Perfekt. Okay. Schuhe. Hey. Äh, nix hier. Hier. So. Kann man eigentlich fliegen, Lager. Schade. Schade. Auch in den Dingern. Design. Wir arbeiten. Ja, was pfeifen. Hier, wer, wo, was, alter. Ja, das wird auch geil. Ich weiß gar nicht, wie das geht. ok alter ist ja ganz schön so ja komm jetzt schon so schuhe ganz besonders hier schuhe ja warum möchte alle pfeifen schuhe schuhe schön so es wäre wirklich geil heute die 5000 erreichen es wäre noch gut 2000 ok ja ja das war perfekt das ist ein euro was willst du denn hier als er hier deine ja wunderschön echt wunderschön alles hier gerne kaufen hier so stehst du denn da hinten schuhe schuhe ja welchen hund so da siebenhundertzehn euro dollar die 5.000 euro erreicht hier reich wurde kann ich mal nicht geil trotz dass wir keinen mitarbeiter haben das ist echt bombastisch ich muss natürlich auch wieder viel nachbestellen heute schuhe schuhe rüber jetzt läuft jetzt lübz schuhe 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 ich sehe einfach mal 10 hier kaufe oder so schuhe 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 temperament sie hüger ja wunderschöne schuhe an mir greifen ich bin kein hund so wunderschön ja ok war richtig geiler umsatz heute muss ich schon sagen da hast du ja über tausend über 1200 euro aussehen für klamotten zum kaufen das ist geil so laden macht auch mal 8 uhr zu dann war es das hätte kann ich sagen was man will wenn man richtig viel kohle macht es ist unser rekordtag heute müsste das einschätzen oder sondern es weiß an das türkise ok jetzt war hause krank 5000 so bestellung ist auf jeden fall schuhe aber die sind roten vier kaufen dann davon haben wir dann hinten war dieses weiße und hier ist so so artikel bestellen so dann kaufen wir uns hier eine größere wand so haben wir es so nicht da 5 euro zinsen geil so viel nur in der bank gleich mal wieder haben was also verkaufen ich will dauer nicht die box natürlich hier hinstellen so dann das sein hat wer dann ist was weißes wenn wir streichen da genau zack 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 so läuft das schon mal weiter auspacken so war dann kann man auch gleich los genau bei fnest mein hund so als stopp so kann hier alles auffüllen die kasse ist nicht geöffnet passiert er ist einfach nicht ganz einfach der mann keine pause abhaken ist ja nicht bei pausen so kommen schuhe da hinten so so haben wir einen großen raum ist nicht mal muss arbeiten großraum dann können wir da und ja 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 hier in der tieren stellen das ist überlegen was elektronik lebensmittel kann man ja alles machen ich weiß jetzt werden hier wenn er meint nicht wie voll oder wie lehrt die andere gale hier sind das schwarze warum geht das aber keine lol ich will kein schwarz mehr haben ok ist halt dick hier nachvollständig schwarz das ist ein stück so klingt man erst als ich will also das hat ein stück was wir in der mitte in schenkung haben wir da wirklich was er mit elektronik machen oder nicht dass wir uns für die frage das könnt ihr mal gerne 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 peif nicht oben in den infokal abstimmen also ein i jetzt angemacht für klamotten lebensmittel oder elektronik gerne oben als hier abstimmen oder kommentar schreiben wer auf jeden fall nice wenn ihr es machen würdet ja dann muss ich entscheiden ja so mensch rot zehn stück perfekt zehn stück äh 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 die als der merkel was dann wenn du es da ist und wenn er irrt fragen oder so aber kam stetig den urlaub dann ist voll auf und sagt bis wir gucken ob man genau das genau das ist das gehen könnte jeder auch nichts mehr was was habe ich denn eigentlich die ganze zeit bestellt sie machen sein unser lager ist bald hier wollen ja es war schon da können wir da eigentlich noch was hinstellen kann ich an dich hier verschieben schade erfahrt dann hier so es ist krank wie sie hier ist das wie das hier alle kaufen ja war schon unterwegs die dame so ist ja echt cool wenn man irgendwie so übersteht was wie voran verkauft wurde was soll das gelände hat das so so lans geschossen ist feierabend natürlich hat er bezahlen ich würde sagen das ist ein bisschen wie du wirst ja 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 ja